hallo ich treine mich wieder von ein paar musikinstrumenten und heute dran ist eine tony dixon querflöte eine flute sie ist aus polymea schon seit jahren bekannt so das ist noch ein älteres modell tony dixon macht die heute mit chronischer bohrung damals war das noch dieses modell ist noch zylindrisch ansonsten die flöte hat keine kratzer ist tipptopp in ordnung ich kann sie also wirklich wärmstens empfehlen ich spiele mal an und so weiter da oben wie gesagt durch die zielerische bohrung nicht ganz so hoch wie bei der quadern bei der chronischen flöte klingt aber auch ganz schön wenn man sich in der ja die hat keine kratzer ganz genau naja so klingt sie bitte bietet fleißig das gute stück muss in die welt vielen dank